Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite Challenge Video. Also was heißt Challenge Video? Halt auf meinem Kanal, ja Fufu. Und heute habe ich eine Challenge von Wannabe, habe ich gesehen. Und zwar nur den Loot vom Hai nehmen. Grüße geht auch raus an Wannabe. Ja, also bevor wir den Hai gekillt haben, dürfen wir noch alle Waffen benutzen. Aber wenn wir die Waffen vom Hai haben, dürfen wir nur noch mit der spielen. Also wenn wir dann auch noch einen anderen Hai finden, dürfen wir den auch noch töten. Ja, aber nur mit den Waffen von den Haien. Und das wird glaube ich sehr geil, weil, ja. Waffen von Haien und die Waffen von Haien sind manchmal gar nicht so schlecht. Deswegen. Ja. So, starte gleich. Ja. Der hat nur einen Wind mit der Krone. Und ihr wisst alle, wo es Hai gibt, dann soll ich bald wie leck. Achso, habe ich gar nicht erwähnt. Ähm, Black Dog ist auch noch nebenbei da. Hallo. Hallo. Ja. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, ich frage den Kottenschlag. Okay. Falls ihr fragt, was ich esse, ich esse so Oreo-Schokolade nebenbei. Ich frage den Kottenschlag. Hör mal. Okay. Hier ist eigentlich immer Hai. Dachte ich. Hä? Egal, wir dürfen... Ah! Gegner! Geh weg. Und vorne ist gar kein Wort. Oh, Freunde, ich glaube, das wird schwer. Ja, der Gegner hat schon eine Waffe. Ich mach 300, Haiku. Nein. 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 Ich hab's noch die Pampen liegen lassen. Was? Er hat 90er Held, Freunde. Er wird so tot sein. Halt auf. Habe ich dich. Okay. Bisher dürfen wir ja noch andere in Wut nehmen. Hanna? Aber ich find's ja auch kein Hai irgendwie. Seit wann ist hier kein Hai? Hanna, also vorher dürfen wir ja noch andere Waffen benutzen. Ah, hier ist er. Es geht Hai. Können bitte eine gute Waffe. Ich muss auf die Funktion achten. Komm, noch wieder Hai. Okay, so mein ich das nicht. Oh, nee. Komm her. Okay. Wir legen noch ein paar Wacken. Habe ich jetzt noch? Wir können ihn einfach auf Land ziehen, Freunde. Ist ja geil. Können wir doch nicht. Ja, wir haben ihn, Freunde. Oha. Loll, wie viel hat er gegessen? Okay. Also, so viele Angeln brauchen wir eigentlich nicht. Ich kann eh nur eine mitnehmen. Aber nice. Er hat mir einfach eine lila, eine MK7 geklappt. Die ist auf jeden Fall geil. Die nehme ich gerne mit. So, und hoffentlich brauchen wir gleich noch ein neuer Hai. Dann könnten wir nämlich gleich direkt noch den... Ah ja, da ist noch einer. Nice. Kommt aber auf den Gegner. Oh, jetzt wird hier auch richtig gesniped. Ich nehme schon mal den Schilfisch. What? Wie ist der denn gerade gesprungen? Okay. Was für eine seltene Hai hat der Hai? Äh, der Hai hat, glaube ich, auch Lila, ja. Ich habe gerade auch eine Lila, eine Waffe. Ein Hai. Achso, der Gegner. Ich habe ja nur die MK7. Okay. Und ich... Es wird schwer, den vielleicht zu holen. Er hat Cartoon für Spin. Den habe ich auch. Was ist der? Das ist... Hab ich dich! Oh, er hat dieses neue Schild-Dings gepläst. Aber ich darf halt seine Waffen nicht mitnehmen, würde er eben. Ich habe die eigenen und so. So, wir sind wieder fohlen. So, jetzt können wir uns wieder auf den Hai konzentrieren. Da ist der Hai. Oh, da. Hallo, Hai. Hai. Hoch. Hier. Also, ich mache einfach 300 Hai konzentrieren. Ich angel ihn mit der Angel. Nein. Und dann bringe ich ihn einfach auf Land. Let's go. Freunde, das 300 Hai konzentrieren. So, und jetzt hier auf Land bleiben. So. Jetzt kriegt er ja Schaden dadurch. Er will aber direkt... Er packt mich doch nicht. Er will direkt wieder ans Wasser, ne? Ich bin kurz weg. Okay. Walter Black, das ist kurz weg. Wieso kriegt er keinen Schaden? Ist doch nicht auf Land. Äh, im Wasser. Freunde, ich habe keine Muni mehr. Okay, sorry, was ich getan habe, okay? Bitte greif mich jetzt erst mal kurz nicht mehr an. Rode Dai. Ähm. Boom. So, hier ist meine Munitionsküste. Kann ich nicht mehr sein? Kann ich nicht mehr sein? Bitte, bitte, bitte. Schön. Ja. Keine Munition. War nicht gerade sehr viel. Können wir hin? Ja. Ah, mein Gott, ich habe wieder 30 Schuss. Das ist die Bots. Hier kloppen doch auch immer, oder? Kloppen doch auch immer die Munition. Oh, es hat mir null gebracht, den zu killen. Null Prozent hat mir das was gebracht. Wo ist denn jetzt eigentlich der Hai hin? Ist weg. Ist weg. Ist weggeschwommen. Hai, bist du hier noch? Hallo? Hi. Bist du? Will dich doch nicht drücken. Oder Freunde, wir machen es auch so, dass die Sachen, die wir auch angeln, die dürfen wir auch benutzen. Ich weiß, ich mache mir die Challenges manchmal ein bisschen leichter, aber es muss jetzt auch mal sein. Hallo? Chili Fisch, was soll ich damit? Nein. Oh mein Gott, bitte, bitte einen Lilan Pump oder so. Das ist ein blauer Fisch. Ein Lilan Pump. Och komm. Wo ist eigentlich der Hai jetzt hin? Ich möchte ihn nochmal finden. Oh, ich muss ihn jetzt hier machen. Okay, alles klar. Von wo kam dieser Ultralaser? Ach, von mir. Das ist ein Wursch. Der denkt, dass ich nicht weiß, dass er da ist. Das ist ein Fleisch. Das ist ein Wursch. Der denkt, dass ich nicht weiß, dass er da ist. Das ist ein Fleisch. Oh, ich bin mit dem Team, Bro. Hallo? Das ist ein Auto. Ja, ich bin mit dem Eto-Fan. Ich glaube, das war's. Oh mein Gott. Ninja. Ich hab ein HP. Runde. Ich hab 10 Schuss. Runde. Schade. Das war's dann auch mal wieder mit dem Video. Und ciao, ciao. Ciao.